neue stadt neue comic land ich bin gerade in kampen und habe diesen wunderschönen laden entdeckt mit jeder menge actionfiguren auch ein paar ältere sachen dabei ich habe gerade schon eine witchbad figur gefunden und das coolste ist immer backstocking 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 alte hefte hier auch welche für zwei euro auch neue sachen viel in englisch viel natürlich auch in niederländisch auf dutch und die preise sind alle mehr als gut ich hatte gerade ein paar ältere spornfiguren in der hand und war schon total verwundert 15 euro 20 euro kann ich immer so eine kleine nahaufnahme machen da seht ihr auch die preise die preise sind alle richtig gut meine frau hat meine portemonnaie dabei muss auf jeden fall zu meiner frau gehen und ich bin wieder über die auswahl komplett nicht verwundert er beeindruckt und finde es immer wieder krass dass in anderen ländern dieses comic ding viel besser läuft als bei uns in deutschland total krasse sache und vor allem richtig schöner laden die adresse packe ich euch natürlich in die beschreibung rein dass wenn ihr in der nähe seid dass ihr auch mal kurz in diesen laden vorbeischauen könnt richtig richtig schön